Können Sie uns sagen, was eine Masterarbeit inhaltlich leistet? Ja, also in dieser Hinsicht habe ich eine ganz klare Vorstellung, weil die Frage gestellt wird, wird mit der Masterarbeit etwas Neues geschaffen? Und ja, meine Antwort ist ja, aber dieses Neue muss man genau definieren. Und zwar die Masterarbeit ist etwas Eigenständiges. Zum ersten Mal schreibe ich mit den Mitteln des Pfarrers, also Methoden, Theorien und mit dem, was ich gelernt habe bisher, schreibe ich eine eigenständige Arbeit. Und das ist das Neue in dem Sinn, dass ich am Ende eigene Ergebnisse herausbekommen sollte. Das bedeutet viel, sehr viel, weil bei den meisten Masterarbeiten stellt man fest, dass Studierende sich oft, auch wenn sie eine sehr gute Forschung durchgeführt haben, sich nicht trauen, die eigenen Ergebnisse darzustellen, weil sie ihnen zu wenig wichtig vorkommen. Und das ist dieses Neue, dass man lernt, eben die eigenen Ergebnisse darzustellen, dass man sich traut, das zu tun. Da gehört auch ein gewisser Mut dazu. Ja, das wäre das, was, glaube ich, das Neue im Fall einer Masterarbeit wäre. Darüber hinaus kann natürlich eine Masterarbeit auch etwas Neues im Sinn einer wissenschaftlichen Erkenntnis bringen. Wenn sie sehr gut ist, kann sie natürlich von dem Inhalt her sehr neuartige Ergebnisse hervorbringen. Genau in der Informatik und mein Fachbereich ist natürlich angewandte Informatik, stellt sich immer die Frage, wie viel Neues muss in einer Masterarbeit wirklich drinnen sein. Und das kann man am besten zusammenfassen, wenn man an eine Abschlusspräsentation der Masterarbeit denkt, dass man da versucht, einen interessanten Vortrag zu halten, sodass auch die Professoren und Professorinnen etwas Neues lernen, etwas, was sie nicht an einem Wochenende selbst ergoogeln können. Das können einerseits wirklich neue Themen sein, das können aber auch altbekannte Themen sein, die sozusagen wieder besucht werden und wo man versucht festzustellen, ob die noch aktuell sind. Also ein Beispiel, ich habe vor einiger Zeit eine Masterarbeit betreut, die alte Angriffe, also für die, die sich mit Informationssicherheit beschäftigen, das waren Synth-Flooding-Angriffe, untersucht haben. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren unterrichte und mich schon immer wieder gefragt habe beim Unterrichten, unterrichte ich das bloß aus historischem Interesse? Gibt es das noch? Weil eigentlich gibt es relativ effektive Verteidigungsmechanismen dagegen. Und Aufgabe einer Masterarbeit war es dann, zu schauen, ob man solche Angriffe tatsächlich heute noch findet. Und das für mich Überraschende war, dass die tatsächlich noch wirklich weit verbreitet sind, obwohl die so lange bekannt sind und obwohl es einfache Verteidigungsmechanismen dagegen gibt. Eine Masterarbeit muss nicht immer etwas total Neues generieren, sondern häufig geht es auch um die Beantwortung kleiner Teilaspekte. In unserem Fachbereich geht es vor allem auch darum, kleine Teilbereiche eines großen Projektes zu bearbeiten. Ja, das ist immer eine Ursache von Nervosität bei den Studierenden, dass sie denken, die Masterarbeit muss jetzt irgendwas ganz Dramatisches Neues darstellen. Und in der Regel fühlt man sich nach vier, viereinhalb Jahren Studium noch nicht wirklich ganz in der Lage, das zu tun. Ich glaube, da ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass man auf ganz verschiedene Weise etwas Originelles tun kann. Und ich möchte mal so zwei Grundformen der Originalität unterscheiden. Eine Form der Originalität ist, man kommt wirklich mit einer substanziell ganz neuen These. Und sei es auch nur in einem begrenzten, kleineren Bereich. Eine andere Form der Originalität ist allerdings die Darstellung eines Forschungsstandes. Was hat eigentlich die Forschung bisher geleistet? Auch das kann eine wissenschaftlich wichtige Leistung sein, das mal zusammenzufügen. Denn eine Darstellung des Forschungsstandes ist ja auch selbst wieder mit einer These verbunden. Denn man will beispielsweise so etwas sagen, der bisherige Forschungsstand hat sich in diesen und diesen Bereichen sehr schnell entwickelt, in anderen Bereichen nicht so schnell entwickelt. Oder hier ist der Forschungsstand noch lückenhaft in unserem Wissen und hier ist der Forschungsstand recht befriedigend. Das heißt, auch die Darstellung eines Forschungsstandes in einem wichtigen Gebiet und auch da natürlich wieder in einem begrenzten Gebiet kann eine wichtige Leistung sein. Also da muss man den Studierenden erstmal ein bisschen die Sorge nehmen. Natürlich kommen manche Studierende auch schon mit einer spannenden, inhaltlichen, neuen These, die sie verteidigen wollen. Da ist es dann immer wichtig, nach meiner Erfahrung den Studierenden dabei zu helfen, das einzugrenzen, sie darauf aufmerksam zu machen, wie sich diese neue These anschließt an die bisherige Forschung und ihnen so auf den Weg zu helfen. Das sind so wichtige Dinge, die mir wichtig sind bei dem Besprechen einer Masterarbeit. Sie soll originell sein. Unser Wissen ist in so vielen Hinsichten lückenhaft, dass es einfach schade ist, eine Arbeit zu beginnen, ohne den Anspruch zu erheben, etwas substanziell Neues zu sagen. Aber das kann auch relativ in einem begrenzten Bereich sein. Wie findet man eine Betreuerin für die Masterarbeit überhaupt? Ja, wie findet man eine Betreuerin für eine Masterarbeit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass viele Betreuerinnen das gerne auch wissen möchten. Es ist einerseits leicht, weil es so etwas wie eine Stelle gibt, das ist die Webseite des SPLs, auf welcher wir platziert haben. Also der Weg zur Masterarbeit und auch die Namen der betreuenden Personen, also Lehrenden. Das ist das, was man finden kann. Aber im Allgemeinen sieht es so aus, als ob die Studierenden anders vorgehen. Meistens kommen sie aufgrund einer Lehrveranstaltung zu einem oder sie haben mit einem Kollegen darüber gesprochen. Es kann auch sein, dass sie im Rahmen einer Betreuung bei einem anderen Lehrenden, das ihnen empfohlen wurde, dass sie zu einem kommen. Das ist das, was eigentlich im Allgemeinen passiert. Bei mir war das oft so, dass in den letzten Jahren vorher war es bei der Diplomarbeit etwas anders. Aber in der Zeit der Masterarbeit, seit einiger Zeit ist es so, dass die Studierenden oft aufgrund einer Lehrveranstaltung zu mir kommen. Wenn man beginnt, wenn jemand sich an mich wendet oder an eine Kollegin oder einen Kollegen von mir wendet, gibt es im Allgemeinen mehrere Wege, wie man zum Ziel kommt, würde ich sagen. Es gibt einerseits, es kann ein Gespräch zunächst geben, aber nach kurzer Zeit einigt man sich darüber, oder es geschieht schon von Anfang an, dass ein Exposé, ein Konzept geschickt wird. Ganz knapp, es wäre einfach so, dass nie zu vergessen ist, dass man eine Forschungsfrage braucht. Also, es beginnt alles mit einer Forschungsfrage, mit einem Thema, das einem interessiert etwas, was wirklich für mich als Studierende eine Forschungslücke darstellt, ob zurecht oder nicht. Das ist nicht das Thema zunächst. Und dann überlege ich, wie könnte ich diese Forschungsfrage behandeln, mit welchen Methoden? Gibt es Theorien, die ich eventuell heranziehen kann? Und was ist an dieser Forschungsfrage von Interesse? Was, glaube ich, werden für Ergebnisse zu erwarten sein oder zumindest in welche Richtung gehen diese Ergebnisse? Ein Betreuer oder eine Betreuerin für die Masterarbeit findet man auf zwei Arten. Einerseits muss man sich überlegen, welches Thema man bearbeiten möchte. Das Thema soll interessant sein und andererseits soll man mit der Person, von der man betreut wird, auch gern zusammenarbeiten. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, Studierende in den Lehrveranstaltungen kennenzulernen, sodass die mich auch kennenlernen und wenn das gut zusammenpasst und man gemeinsam an einem Thema arbeiten möchte, dann ist das die Voraussetzung für eine gute Masterarbeit. Um eine Masterarbeit machen zu können, arbeitet man ja mehrere Monate intensiv an einem Thema und daher ist es ganz wichtig, dass man sich dafür interessiert. Das setzt meistens voraus, dass man schon Lehrveranstaltungen in dem Bereich besucht hat oder dass es, wenn es sozusagen interdisziplinäre Forschungsarbeiten sind, dass man aus einem Fachbereich kommt, der zu dieser Fragestellung dann beitragen kann. Also für mich persönlich ist es, wie gesagt, wichtig, dass sich Studierende wirklich für das Thema interessieren und dass sie sich auch im Klaren sind, ob sie später dann in die Forschung gehen wollen oder in die Industrie wechseln. Das ist, denke ich, wichtig, um auch die Ausrichtung der Masterarbeit gut machen zu können. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich mal überlegt, was ist eigentlich das Seminar oder die Vorlesung, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Wo sind für mich am meisten Fragen entstanden, die ich gerne weiterverfolgen würde. Und dann ist es am besten, man schreibt dem potenziellen Betreuer oder der potenziellen Betreuerin einfach erstmal eine E-Mail, wo man ganz allgemein charakterisiert, warum man sich überhaupt für ihren spezifischen Bereich besonders interessiert. Ab da gehen dann verschiedene Betreuerinnen verschieden vor. Bei mir ist es so, ich treffe mich relativ frühzeitig gern mit den Studierenden und man überlegt sich gemeinsam eine Präzisierung des Themas. Andere Betreuerinnen hätten ganz gern schon recht frühzeitig ein Exposé, wo schon charakterisiert ist, was man genauer machen will. Nach meiner Erfahrung ist es am besten, wenn man diese Präzisierung des Themas gemeinsam durchführt. In der Regel ist es nämlich so, dass Studierende sich viel zu viel vornehmen für die Masterarbeit und man relativ frühzeitig sich darauf einigen muss, so groß geht es gar nicht. Wir müssen uns einen kleinen Bestandteil aus diesem großen Projekt heraus suchen, das sie ursprünglich mal angehen wollten. Ja, und ab da geht es dann so weiter. Man trifft sich dann ein, zwei Mal, um das Thema gemeinsam einzuengen, gemeinsam sich Literatur zu überlegen. Dann schreibt der Studierende das Exposé, das gehen wir gemeinsam durch, das wird dann eingereicht. Gemeinsam zum Stadium des Exposés hat man dann in der Regel auch schon eine Gliederung der Arbeit. Sagen wir mal von mir aus von drei bis vier Hauptkapiteln. Und dann trifft man sich halt für jedes dieser Kapitel einmal, um das Thema zu besprechen. Dann nochmal eine gemeinsame Revision des Ganzen am Ende. Ja, und dann ist der Studierende soweit, um einzureichen. In unserem Fachbereich der Ernährungswissenschaften und speziell in unserer Vertiefung molekulare Ernährung gibt es die Möglichkeit das Alternativmodul MNAP2 zu wählen. Hier kann man schon nach Angabe der eigenen Präferenz eine Arbeitsgruppe wählen und dort im Rahmen einer praktischen Laborarbeit Methoden erlernen, die dann nahtlos in die Masterarbeit führen. Weitere Möglichkeiten gibt es vor allem auch über Aushänge am Department, Arbeitsgruppen, welche Mitarbeiter für ihre Studien suchen oder auch Online-Ausschreibungen auf der Homepage des Departments. Natürlich kann man auch selbst proaktiv werden und eine Arbeitsgruppe anschreiben, wenn man sich schon vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich dafür interessiert. Hier ist es vor allem wichtig, dass man zusätzlich zu seinem Interesse, zur Interessensbekundung, ein Motivationsschreiben schickt oder einen CV und hier schon mal Kontakt aufnimmt. Des Weiteren kann man sich natürlich auch für Masterarbeiten an anderen Universitäten bewerben. Man muss sie einfach nur proaktiv selber suchen. Man muss sie einfach nur proaktiv selber suchen. Ja, ich habe nicht... Man muss sie einfach nur beim Rundfunk ansehen. Man muss sich nicht die Brusten entscheiden, die Brusten werden scheinen.